Hallihallo liebe Leute, ich bin der Kommissar in 20 mal Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Ja, heute ist was Blödes passiert, denn ich hatte The Last of Us schon eine Folge aufgenommen gehabt, aber das Videomaterial war scheiße gewesen. War irgendwie schlecht aufgenommen worden und so und dann haben wir ja eben ein Stück, wo wir die Klicker erledigen mussten, um weiter zu kommen. Das habe dann leider nur ich durchlebt heute. Ihr habt leider nicht mit, normalerweise ihr mit, aber leider ist das Video. Ja, und das Video beschiss eben. Qualitätsscheiße und ich wollte das Video auf meinem PC rüberpacken, aber das ging auch noch nicht mal richtig. Ich konnte es nur über dem Stick gerade so anschauen, da habe ich es auch schon gemerkt, dass es scheiße geworden ist. Geruckelt wie verrückt das Video, obwohl es normalerweise nicht so sein sollte. Ob es irgendwie ein Fehler war von der Festplatte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Leider ist es so gekommen. Ich tue aber deswegen das Let's Play nicht einfach. Deswegen einfach abbrechen. Ist zwar schade, aber... haben wir halt einen kleinen Abschnitt für YouTube verpasst. Leider. Okay, weiter geht's nach diesen zwei Minuten Gerede. Hier bin ich nämlich stehen geblieben. Ich guck mal, wo wir... also wo ist... zuletzt... von dort sind wir rausgekommen. Auf diesem Bus da oben drauf. Will ich mal zeigen. hier... von diesem Bus hier... herunter... um dazu entkommen. Und ja... jetzt sind wir hier. Ich wüsste ja, was ich gemeint habe. Aber die Echsen ist noch nicht ganz vorbei. Ich hab da noch vorhin... alles gesehen habe. Ey, das Video scheiße geworden und sowas. Ja, ich konnte es ja noch nicht mal hochladen, weil ich... weil er gemeint hat... das dauert zwei Stunden, bis er das... äh... Video auf dem PC rüber... kopiert hat. Und so lange... will ich ganz bestimmt nicht warten. Vor allem, weil die Qualität sowieso scheiße ist. Okay. da drüben... wo dieser Riss ist, wo man in diesen... 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 Haus oder sowas... da reingehen kann... sind auch noch ein paar... Gegner. Zwar keine Klicker... die man aber... recht schnell erledigen kann. Gut. Wir schauen uns erstmal um... ob hier noch was rumliegt... bevor wir da reingehen. Äh... Und jetzt wäre das erstmal... ja... Hier gibt es nichts mehr... hier drin ist wahrscheinlich... hier... Ja... Was war denn das? Ich gehe hier hin... auf einmal... hat der eine da so geblinkt. Ja... So, schön erledigt. Zwei... Zwei... Drei Stück waren das jetzt nur... Schön leise... So... Du auch noch... Du warst anscheinend bei dem Militär... Und so... Jetzt gibt es anscheinend... keinen Gegner mehr hier... Schön... Gucken wir erstmal... was hier so gibt's... Ah... Zeug... Jetzt guck mal... Messer... Habe ich noch zwei Stück... Das hier habe ich aber noch nicht gemacht... Pillen... Vielleicht finden wir bald wieder ein paar Pillen... Ein paar Pillen wäre nicht schlecht... Hehehe... Mehr findet man hier auch nicht... Anscheinend... Okay... Dann mal los... Ja... Komm... Rüber damit... Dann scheint hier rüber... Nein... So... Ja... Sa... Ja... So... Und... Zack... Ja... Danke... Didn't auch was? Nee... Das sind die anderen zwei... Hey wo seid ihr? Seid ihr drin? Was haben wir denn da gemacht? Hey, es läuft immer schön... Du bist... Du bist das Wasser da... dass die Nasserei werdet obwohl es sowieso schon regnet Klettert hoch! Ah hier muss man was betätigen Gibt sie was? Hier ist eine unsichtbare Wand Ok los gehts Klappe Ellie Boah schnell! Du hast ja was am Schuh Ekel Ja wirklich eklig Ok wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus Gibt es was? Ne Und Marlin glaubt du bist immun? Ja Das ist ihre Meinung Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte wenn man sich an die Regen hält Ja Ich schlich weg Ich war auf diesem Militärinternat Wie bitte? Hä? Hä? Das ist doch komplett abgesperrt Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege Naja einer dieser Was ihr Runner nennt Bis zu Und so kam es Verstehe Geil Endlich Nein Ich bin danach zu ihr gegangen Verstanden nicht dass sie dich nicht erschossen hat Hätte sie fast Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch alles wird gut Sehr gut Da brauchen wir ein bisschen mehr ok Hier mache ich auch noch ein bisschen was Hier machen wir auch noch ok So Jetzt können wir sowieso nichts mehr machen ok Sehr schön Ja Sehr schön und sehr gut Bevor wir da reingehen Es ist diesmal eine etwas kürzere Teillast auf Ass Folge ich weiß Aber wenigstens 10 Minuten Und Dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Wenn es heißt Let's play The Last of Us Bis dann Euer Akumisi 21 So kam Los Ot Yeah You